Klasse 6 wird jetzt nochmal Angriff fahren. Klasse 6, Spezialtouren über 1800. Da ist es, Jan-Christoph Ittrich. Hier war die 26, Tito Böttcher. Dahinter die 6,50, Lasse Timmermann. Und die 6,96, Marcel Menzel. Die letzten vier Läufe jetzt in den Klassenenträumen. Und jetzt hoffen wir bei Jan-Christoph Ittrich, dass das nur eine Fehlzündung war. Vorhin war das ein Reifen, der weg war. Das sieht im Augenblick nicht so aus. Das sieht im Augenblick nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Was? Was ist das? Acht Autos heute Morgen noch. Und jetzt nur noch fünf Stück. Jan-Christow Wiedrich aus Bad Brunenwald. Zweiter Matthias Meier, der ist wie gesagt. Aus gutem Geschockenbäume. Da kommen immer mehr Probleme bei Marcel Wenzel. Dann kommt immer mehr Probleme bei Marcel Wenzel. Er ist unbequem. Läuft da nicht optimal. Letzte Runde eingeläutet. Die letzte Runde läuft jetzt. Und hier vorne frechst du mal die komplette Radaufhängung. Bei der 620, da haben wir nicht die Entstehung gesehen. Ausfall für die 620. Komplett das Federwein, alles ausgerüstet. Der Sieger Jan-Christow Wiedrich. Auf zwei Matthias Meier. Jetzt kommt der dritte Platzierte. Lasse Timmermann. Zwang. Jetzt sollte man jetzt noch mal rein. Jetzt sind wir noch mal die ganze Zeit. Anja. Zwang. 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 Untertitelung des ZDF, 2020